Moin Leute und herzlich Willkommen zu Rambo Siege. Ja, und jetzt spielen wir gleich eine Runde im Multiplayer. Die Spielersuche läuft. Der Amgrad ist die Aufnahme abgebrochen, da ich nichts mehr gesehen habe, was ziemlich komisch ist. So, ihr könnt nur diesen Typ hier aufwählen, steht irgendwie immer einfach. Ich hab heute schon mal eine Runde gespielt und hab da ein paar abgeballert. Ja, man hört die Gegner extrem. Deswegen ist das geil. Ich kenn die Map nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht, wo wir hin müssen. Wir hängen eh immer alle um. Los. Ja. Ja. Ist das richtig laut hier? Ja. Ja. Egal. Scheiße. Ich passe auf. Wir können vorrücken. Oh Scheiße. Ich wurde entdeckt. Oh Scheiße. Ich wurde entdeckt. Und da. Waajus. Oh. Ich kann Businesswerkkausel sitzen da. Es gibt noch nichts. Bis zu gewinnen. proviste, Florian Åhl persönlich. Sprengladung im Einsatz. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. 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 Also, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Also, dieses Gerät hier. Na dann werden wir eben mal ein paar Dinge anpacken. Dann. Wow, jetzt haben sie mich hier eingespitscht. Richtig geil. Die Gegner haben den Bürofahrgutbehälter lokalisiert. Nur noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Bürofahrgutbehälter lokalisiert. Scherz, Drohne. Hier. Jetzt schlägt er mal hier. Schossi Suche den Behälter zu sichern, eingestellt. Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälters abhalten. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Läster verbreiten der Automator des eigenen Trucks. Was? Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Alter. Ich glaube, meine Knarren sind zu schwach. Okay, eine Runde noch. Fag halt. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wow. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.